Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind bei der Firma Fehn und neben mir steht die Designerin Monette. Was habt ihr denn dieses Jahr als Produkt-Highlights? Ja, das ist hier zum Beispiel unsere ganz neue Karawanen-Kinderwagen-Kette von der neuen Serie Lupi und Lötter. Ganz niedliche, vier neue Charaktere, die hintereinander am Kinderwagen entlang krabbeln. Toll. Das ist ganz interessant, wenn ich es mal kurz drehen darf. Das ist der Materialmix. Man hat hier ganz, man hat was zum Beißen, zum Greifen, zum Quietschen und interessante Materialien einfach. Ja, und eine rasselt noch und da haben wir noch einen Spiegel. Das ist super. Niedlich, ne? Mag ich sehr. Finde ich auch gut. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau.